halli hallo liebe leute ich bin der kommission zum ersten mal songs let's play und welches unterhalts videos ja endlich geht es mal wieder weiter mit tv ist ich habe mir gedacht wir spielen mal wieder weiter mit der forest wird mal wieder zeit so jetzt muss ich noch kurz gucken wo ist es hier alles so eingestellt habe so ok davon haben wir genug davon haben wir auch genug und alles wir brauchen essen haben wir denn hier essen hängen ja okay wir brauchen tücher bzw wir brauchen stoff genug stoff eine wasserflasche haben wir auch noch ein bisschen trinken doch toll ist das trinken wir alle 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 und komisch mit der webcam da ich habe mir gedacht packen wir mal heute die webcam rein wieso nicht einfach mal so nebenbei zum laufen was heißt aber laufen einfach mal die face gern wieso nicht wie bei outlast warum heute kein outlast kommen die letzte tage wort kein outlast kommen kam das erfährt hier in mein update heute ist mittwoch also bei euch bei mir ist heute dienstag 21 uhr 57 am 20 11 2018 und ein paar fehler dankeschön fügel okay wir müssen wir sehr langsam dunkel das ist blöd ok hier hatten wir glaube ich vor gehabt vor gehabt was zu bauen was wollte ich da bauen jetzt war ich wieder ok als ihr euch fragt wie hier mit das mikrofon nämlich ich nicht auf ich hab nur die head setzt ja auf damit ich über hier über das ganze höre so alter wie schnelles dunkel wird ok wir mag immer schlafen gute nacht natürlich nicht sonst müsste ich ja mit der folge folge hier aufhören wenn nur speichern na gut ich habe einfach mal geguckt gehabt vorhin ob ich irgendwie wo der speicherplatz ist wo ich aufgehört hatte auf einmal zeigt habe ich genau den richtigen getroffen okay wir machen mal licht an ja auch mal ein bisschen licht an wir sind beim tag acht bald sind wir bei tag neun ich stehe hier irgendwie wie ein präsentierteller ne wie heißt wer ist das äh abendessen hallo kommt her ich bin euer abendessen so ungefähr aber wir müssen das hier irgendwie noch einrichten lang genug köpfe und alles schon mal ein bisschen einrichten zum beispiel einen kleinen schrank hier reinpacken sagen wir mal hier so eine seite so wir brauchen sieben baumstimme dafür alter da brauchst vielleicht höchstens zwei bäume und fertig ist die scheiße oder höchstens nur einen ganzen baum ein fressen wahrscheinlich haben sie sich so mit gerichtet das da das da das da das da das da so weiter das ungefähr dann sieben stück sind naja apropos ich hab kostet dreimal getestet wie das so läuft auf steam aber es kann mich nicht bewegen also per maus ich kann mein charakter per maus nicht bewegen pfeiltasten und alles funktioniert aber die maus nicht ob das ein bug ist oder sowas da drin keine ahnung schreit halt nicht so rund wie ein geistesgestörter mach erstmal deine frau tot ne äh alter was machst du oh ich muss zumachen boah muss auch zumachen ähm ich glaube der ist geistesgestört ne der ist gerade nicht mehr psychisch ansprechbar ich wollte headshot geben du dumme nutter ei 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 sorry sorry für diese sprachauswahl beziehungsweise für diesen kraftausdruck doch der forrest leitet mich dazu fuck ähm ist die doof ah danke für mein verein komm mich mit deinem kopf ziehen das siehts bei deinem kopf aber ich kann nicht da hinziehen boah der packt aber richtig rum ne wie so ein geistesgestörter bekloppt habe ich irgendwie molotov oder so hier nein aber auch keine steinschleuder apropos steinschleuder könnte ich mir mal bauen vielleicht klappt das ja ich glaube dazu brauche ich noch dings und sowas zeigt nach steinschleuder steinschleuder klebeband habe ich stoff und ein stock ok hey klappt ja geil der ist voll auf den kopf vielleicht der dann tot ähm ja das hat ihn nicht interessiert vielleicht auf dem kopf vielleicht die dann tot oder fährt nur um und ist unmäßlich oder so bisschen höher na komm wow alter apropos gibt es jetzt tv ist glaube ich seit eine woche oder so seit es gab eine woche oder so was ja seit einer woche oder so sogar auf die playstation 4 also ps4 nicht schlecht aber ich glaube man kann nicht mit dem ps4 spielern auch zusammen zocken wäre natürlich geil gewesen aber leider nicht nicht oh mensch oh gott sind die dumm ey oh gott wir kommen ja alter ja komm doch rein komm rein in den bescheidenen reich komm 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 wow Junge weg dich ab weg dich ab rein da und zu 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 bist du gemacht wird ich bin fast tot alter kannst du mal herstellen von die mischung ausdauer ich habe nicht genug oder was scheiße toll die folge läuft heute prima meine verresse habe ich was zu essen dabei wenigstens ein bisschen davon leer leer also ich verdurste das einzige was es würde wäre verdursten davon habe ich aber genug gesundheitsmischung ich brauchte davon was danke für die zähne meine verresse darf ich endlich schlafen ja gut dankeschön meine fresse woher auch immer der fisch kommt aber anscheinend hat die einfach mal ein fisch abgeschlachtet aber dankeschön erst mal verbrennen die alte schachtel da nichts wird daneben feuer aber brennt trotzdem brennt trotzdem wie so ein warmer warmer ofen ein vögelchen so normalerweise bekommt man auch vom fisch eigentlich ihr wischt schon normalerweise eigentlich genug dings eigentlich genug gesundheit aber irgendwie war das jetzt gerade nicht der fall haben sie sich vielleicht irgendwie wieder geändert scheiße ok speichern mal vor ist halber ab sorry noch etwas erkältet leider ok ich würde mal sagen wir rennen einfach mal hier rum schauen uns erstmal hier alles an und so weiter und so fort denn so wird immer mehr keine medizin oder so haben oder diese medizin kapseln diese medizin fläschchen dann gehen wir drauf das wäre echt kacke da drüben ist noch mein alter glaub ich ja also mein altes lager da werden bestimmt die entwickler von tv ist bestimmt bei tv vielleicht sind vier auch noch updates raus bringen und so weiter ich würde es gerne mal sehen wie das aussieht auf vielleicht den vierte paus zu spielen wie die grafik da so ist vielleicht nicht so gut wie hier wie auf dem pc da sowieso nicht so gut es gibt leute die sagen auf ps4 sind alle spiele am besten als pc das stimmt nicht leute auf pc ist die grafik bei vielen spielen immer am besten bei konsole kann man sagen immer minimal oder mittel oder mittel mehr kann man also dazu nicht sagen genauso wie bei zb playstation 3 das ist nur etwas niedriger kann man sagen oh hasen hahn hahn wo ist der scheiße weg da ist der hahn kriegen wir ihn oh fuck ups ich meinte oh fuck jetzt haben wir den krieg gekriegt aber ein paar pfeile weg und ja wenigstens etwas zu futtern shit mein speer ist weg ne ich hab noch einen na gut ich hab noch einen Junge der macht den speer hier hin da wo der alte war gut sooo ok 18 minuten nehme ich schon auf wow du bist blut überströmt nachstehe ich um eine infektion zu vermeiden das meiste tisch 1000 jahren ne ne mach ich schon mach ich schon noch am besten jetzt hier ist sowieso gerade was ähm hier kommen wir jetzt nicht viel mal sooo keine wahl möchte mich verarschen schon wieder welche ach ach sorry ok 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 ich weiß gar nicht mehr so genau wo mein eigentliches lager ist shit scheinlich da keine ahnung aber doch wahrscheinlich hier in der nähe ok so ähm hier ist wasser ich würde sagen ich gucke hier noch ein bisschen weiter bleibe aber auf den stein wichtig wieso ich meine deswegen ich dachte ich dachte mir dass dann prokordiere das so ist fett fett tot ist denn natürlich noch lange nicht gut ich meine ich dir nicht gekommen gut komisch komisch na gut wir haben noch einen sperr oh oh da kommt wieder einer er lässt grüßen ne alter schwer da sind es zwei stück da drüben und einer den ich äh eine bombe gegeben habe ne das ist der ich dachte es wären zwei doch nur einer ja stirb doch endlich ey stirb doch endlich ey ist der tot gut geil ich hab einfach mal ähm ächsenhaut bekommen aber haufenweise okay genug essen genug essen und so und ja gut hab mir schon gedacht dass sie krokodile sind das heißt es muss hier weg bevor die mich wieder schnappen boah schnell weg hier alter schwede diese krokodilen ey ne heftig heftig ey heftig so ich guck mal gerade was nach so okay gut ich wollte nur gucken ob der schön auch mal meine stimme aufnimmt sonst wäre das scheiße gut gut das sind wir hier oben ne und da ist ein Reh aber ich hab eh 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 schon genug Futter eh genug Fleisch jetzt musst du noch Dings finden ähm wie heißt noch diese komischen Blumen und alles Steine habe ich genug momentan weiter hoch rennen wieder ein Reh okay ein Reh ein Reh ein ein kleines scheiß Reh ah man 10 10 habe ich 10 16 Stück okay auch nicht schlecht schaden schaden verbessern da ist gerade mal ich überlege hat er es früher gemacht gehabt dass er die Zähne an den Stock dran kam anstatt hier drauf neue Pflanze entdeckt neue Pflanze entdeckt wo hä hab keine gesehen komisch schreibt irgendwas auf obwohl ich die Pflanze überhaupt gar nicht gesehen habe was sind das für eine scheiße wo ist das verdammte Flugzeug das verdammte Flugzeug wäre jetzt meine Rettung aber nein aber nein what the fuck okay die sind da hin gerannt dann geh ich lieber mal die Richtung ein paar Treffer zwei drei Treffer damit ist tot ey scheiße ah der ist runter gesprungen gut 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 geht die sind weg wenn einer mich von denen sieht dann waaah alter habe ich mich erschreckt wildschwein alter und noch einer und noch einer und noch einer mensch des Kinder habe ich mich erschreckt leute wir lauern schön die die fiesen Tiere rum ey boah ein bisschen was Mampfen okay okay ähm geh mal hin geh lieber mal wieder zurück bevor ich noch drauf geh oder so oh 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 wie viele rennen hier denn noch um checkpot baby der ist einfach so genommen okay Ja gut. Checkpots. Haben wir doch mal noch was gefunden. Zum Glück. Das wäre ja noch ein paar Koffer hier oder so. Ne, der ist nicht so. War doch einer noch. Aber wenigstens etwas. Boah, ich dachte Krokodil, du Scheiße. Hier habe ich letztens wieder gepennt gehabt, Alter. Na gut. Wenigstens können wir hier speichern. So Leute, dann würde ich sagen, das war die Folge von The Forest und ich bin raus. Bis dann, euer Harkomisi21. Yeah.